Schaut mal, seit Wochen faselt Frau Faeser davon, dass es eine europäische Lösung braucht bezüglich der Flüchtlingspolitik. Nun kommt heraus, dass Deutschland selbst diese Lösung blockiert, weil selbst die paar Maßnahmen der deutschen Regierung zu hart sind. Man ist an keiner Lösung interessiert. Im Gegenteil, das, was gerade passiert, ist die Lösung für eine Frau Faeser und für alle anderen Altparteien. Glaubt mir das endlich. Hier, schwarz auf weiß, das geleakte Geheimdokument. Einfach Pause drücken und lesen. Steht übrigens auch alles im Migrationspakt, der rigoros umgesetzt wird. Da meiner Meinung nach diese ganze Flüchtlingsdebatte und diese ganze Migration menschenunwürdig ist, sowohl für die Menschen in Deutschland als auch für die Migranten, da es aber leider auch noch immer zu viele Gutmenschen gibt, vor allem in Deutschland. Also diese Menschen, die selbst nach solchen Geheimdokumenten behaupten, dass diese Menschen flüchten müssen und dass das alles keine Methode ist und kein Plan dahinter steckt, dass es keine Schleuser gibt oder vielleicht gibt es Schleuser, aber das ist eben nur Zufall alles. Aber die meisten Menschen, die müssen flüchten, weil es eben vor Ort so schlimm ist. Ihr wisst, was ich meine. Meine Lösung lautet folgendermaßen. Wir nehmen diese Migranten auf und wir schicken diese Migranten eben in diese gut situierten Gegenden, wo eben diese Gutmenschen meistens herkommen. Denn es gibt sie noch. Die schönen Ecken in Deutschland, die noch unberührt sind von diesem besten Regenburg in Deutschland aller Zeiten. Wisst ihr, was ich meine? Was denkt ihr eigentlich, wie schnell diese Menschen zum Beispiel am Tegernsee oder am Starnberger See oder in Hamburg-Winterhude oder in Düsseldorf in der Königsallee auf die Barrikaden gehen würden, wenn auf einmal ganz viele Migranten dort leben würden? Das ist hart, ich weiß, weil für mich sind diese Migranten trotzdem Menschen, nicht falsch verstehen. Und trotzdem hat das alles ein Geschmäckle und Methode und ich will eben diese menschenunwürdige Migration nicht supporten. Und alle, die es eben noch supporten, tja, die müssen eben mal am eigenen Leib spüren, was es überhaupt bedeutet. Du wohnst vielleicht noch in deiner 200 oder 300 Quadratmeter Villa und supportest diese ganze Sache. Hast vielleicht sogar Teddybären geworfen. Aber soll ich dir was verraten? Du hast gar keine Ahnung, wie es in der Realität aussieht. Du weißt nicht, wie diese Situation im Flüchtlingsheim ist, auch für diese Menschen. Du bist doch so tolerant und vielfältig. Du wohnst wahrscheinlich zu zweit oder zu dritt in einem Riesenhaus. Wärst du bereit, in ein kleineres Haus zu ziehen und eine geflüchtete Familie in deinem großen Haus wohnen zu lassen? Ihr unterstützt doch auch alle diesen Bevölkerungsaustausch. Nichts anderes ist es. Resettlement-Programm, Umsiedlung, steht auch im Migrationspakt. Wie wäre es mal, wenn wir die Geflüchteten in die gut situierten Gegenden bringen und die gut situierten eben vielleicht mal ins Frankfurter Bahnhofsviertel oder nach Duisburg oder in irgendwelche anderen dubiosen Ecken in Deutschland. Und mittlerweile gibt es sehr viele davon. Der Prototyp. Hey, es ist doch alles okay. Ich weiß gar nicht, was du hast. Deutsche ist nämlich derjenige, der gar keine Ahnung hat, wie die Realität aussieht. Es sieht dann abends die Bilder in der Tagesschau von Frau und Kind, die flüchten müssen vor dieser krassen Situation zu Hause. Aber dass es sich in Wahrheit eigentlich nur um Männer handelt, um junge Männer, die in dieses Land kommen, tja, darüber redet niemand. Und das kriegt dieser Tagesschau-Miche-Sternchen-Innen eben auch nicht mit, weil er eben nicht in der Realität lebt, weil er eben in den Gegenden, wo diese Menschen untergebracht werden, nicht existiert, nicht ist und dort auch nicht hingeht. Dort ist er auch nicht nötig, hat hinzugehen, weil er lebt ja in seiner schönen Gegend. Aber wie gesagt, wie wäre es mal, wenn diese Migranten in diese schöneren Gegenden kommen? Weil dann, und das garantiere ich euch, dann ist das Geschrei groß. So viel zum Thema Toleranz und Vielfalt. Ich würde am liebsten diese Menschen alle persönlich abholen und mit ihnen mal ein Sightseeing machen nach meiner Art. Nämlich nicht die schönen Restaurants aussuchen und die schönen Gegenden in Deutschland, in denen man es sich noch gut gehen lassen kann. Nein, ich würde sie in andere Ecken transportieren, weil ich kenne diese Ecken. Ich komme übrigens auch mit diesen Menschen vor Ort. Klar, schick mich zu einem Eritrea-Festival? Ja und? Ich bin dabei. Ja, ich mache zwar nicht mit bei diesen Ausschreitungen, aber ich habe keine Angst. Aber, und das ist der springende Punkt, ich will diese Zustände nicht in Deutschland. Und mich hat auch keiner gefragt. Und deswegen sage ich rigoros Nein zu dieser Migration. Und bin mittlerweile komplett für Re-Migration. Aber jetzt gehen wir davon aus, dass dieser gut situierte Mensch wirklich bei einem Eritrea-Festival landet. Oh mein Gott, was denkst du würde dann passieren? Ich will euch damit nur sagen, diejenigen, die das immer noch supporten und für Gut empfinden, die haben keine Ahnung, was abgeht. Mein Appell lautet, schicken wir diese Regierung, schicken wir diejenigen, die diese Migrationspolitik installiert haben, diesen Migrationspakt geschrieben haben, allesamt in die Wüste für uns Menschen. Denn das, was hier passiert, ist a. komplett unnötig, b. menschenunwürdig und seht, es könnte so schnell Lösungen herbeigeführt werden. Aber, das ist nicht gewünscht. Und je schneller wir alle mit dieser Situation konfrontiert werden, desto schneller wachen wir auf und desto schneller können wir an einer Lösung arbeiten. Anscheinend sind immer noch zu wenige Menschen in der Lage zu verstehen, was hier abgeht. In dem Sinne, haut rein. In dem Sinne, haut rein.